hallo heute zeige ich euch wie ihr die sender sortiert bei einem grundig fernseher dazu drückt ihr menü geht auf einstellungen im nächsten feld geht ihr auf quelle dann wählt ihr programm tabelle hier seht ihr jetzt die sender die ihr dann verschieben könnt hier wähle ich zum beispiel rtl 2 aus wähle mit der grünen taste auf verschieben gehe dann auf meinen gewählten platz zum beispiel hier auf die 3 und bestätige das mit ok das setzt ihr dann dementsprechend fort mit den sendern die alle verschieben wollt hier mache ich es jetzt zum beispiel mit 3 sat gehe dann auf 4 und bestätigen wieder mit ok was immer wieder wichtig ist ist dass ihr die grüne taste drücken müsst um die sender zu verschieben ich hoffe ich konnte euch helfen wenn es euch gefallen habt dann gibt mir einen daumen hoch und abonniert bitte mein kanal danke ich bin торов